In dieser Videosequenz soll es darum gehen, was Fehler beim Testen von Hypothesen sind. Ja, als Beispiel zur Corona-Zeit, da gab es diese Antigen-Schnelltests und es gab mehrere Optionen. Und zwar entweder hat der Test eine negative Person nicht krank, also als gesund einstufen können und eine positive Person als krank, obwohl die Person dann eigentlich gesund gewesen wäre, beziehungsweise obwohl sie krank gewesen wäre. Das heißt, die Schnelltests können sich irren. Entweder ist die Person krank, hat aber einen negativen Test, oder die Person ist gesund, hat aber einen positiven Test. Und das sind die Fehler der ersten und zweiten Art. Wenn die Nullhypothese verworfen wird, obwohl sie in Wirklichkeit richtig ist, so haben wir einen Fehler erster Art. Und wenn sie nicht verworfen wird, obwohl sie in Wirklichkeit falsch ist, haben wir einen Fehler zweiter Art. Und die Wahrscheinlichkeit für den Fehler erster Art ist gleich die Irrtumswahrscheinlichkeit. Und für den Fehler zweiter Art, um den zu berechnen, müssen wir die tatsächliche Trefferwahrscheinlichkeit wissen.